so liebe leute heute müssen wir wieder eine entscheidung treffen damit herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second time wir müssen heute irgendwie augustin bloßstellen oder sie töten töten kann man leider nicht weil dafür böses kann man nehmen also stellen wir sie bloß gut als damals hat die da aufgebaut ich habe da ganz oben ist sie auf die direkte werden das heißt wir müssen jetzt ein bisschen uns what the fuck was hat jeder aufgebaut haben sie wieder so einen raketen hans du gehst mal weg kollege ja 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 Das war mir fast klar. So, dann haben wir sie jung. Heiner muss hier... Warum da an? Ich weiß nicht, wo der gerade steht. Hier. Jetzt hat sich, ich muss wieder da hoch irgendwo. Aber ich kann auch mal was den Neon holen. Das ist gut. Ich habe ja hier die ganzen Reserven der Stadt. Moment, ich brauche noch mehr. Nein, ich will kein Video entziehen. Ich brauche mehr und eigentlich tatsächlich. So. Ich brauche damit auch die Häuser hochkommen. Ich brauche noch was. Das ist wieder Raketenhainz, der jetzt gerade war, sucht hier irgendwie was. So. Die sind auf jeden Fall aus, mein Naun. Moment, gerade mal ganz kurz was gucken. Danke. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Frage ist, äh... Kann ich hier hin? Nee, kann ich nicht, ne? Ich weiß nicht. Okay, das ist nicht der Fall. Verdammt. Ich meine, das ist der Einzige, ne? Du könntest aber was anderes versuchen. Warte mal. Da war ja noch so ein Eingang mit dem Rauch. Aber ich versuche ja an den Rauch... Du gehst das mal raus. Und du machst auch Feierabend, Freunde. Also so ganz hoch komme ich ja nicht. Das ist das Problem. Das ist ziemlich... Twiggy. Oder schau dich das Ding einfach aus, dann habe ich den zweiten Weg oder was? Warte mal. Das war nicht der, ne? Oder? Der ist ja ausgeschaltet. Okay. Eigentlich so. Oder muss ich... Warte mal. Der müsste ja gegenüber von einem Haus sein. Genau, komm ich so rein. Warte mal. Gehen wir jetzt hier einfach komplett Rauch und ziehen. Und mich hier durchmuggeln. Okay. So. Gar nicht gut. Komm ich mich, ich sag ich mir auch gerade. Aber wusstest. Da war ein Pfad aus Leichengröben im Pioneer District. Und ich bin ihm gefolgt. Störtlich hoffe ich, er geht nicht. Kein, wir kriegen wieder geringen Nachschub. Hm. Frohe mich zu sehen? Ja. Ich bin schon klar gekommen. Oh ja, klar. Aber täuscht dich mir nicht. Das heißt, du kommst mit? Machst du Sitze? Meine beiden Lieblingsmenschen auf der Welt gemeinsam in einem Kampf? Das lasse ich mir nicht entgehen. Bitteschön, mehr Rauchspielzeug. Shit. Ja, ich bin vom Diop-Turm gestürzt. Ja, Mission gescheitert. Auch. Hm. Frohe mich zu sehen. Ich wär schon klar gekommen. Oh ja, klar. Aber täuscht dich mal nicht. Das heißt, die kommst mit? Achst du Sitze? Meine beiden Lieblingsmenschen auf der Welt gemeinsam in einem Kampf? Das lasse ich mir nicht entgehen. Bitteschön, mehr Rauchspielzeug. Das ist nicht so. Nein. Nein, das ist doch nicht wahr. Super. So, wir machen wieder die... Gute Ecke. So. Nein. Ja, ich muss da irgendwie rankommen. Das Problem ist einfach, ich brauche einen Neon. Ohne Neon habe ich keine chance, irgendwas zu machen. Also das ist echt hart, gerade. Das ist verdammt hart, gerade sich da hochzuarbeiten. Ja, tot. Ja, wir haben ein bisschen gescheitert. Probieren wir es in der nächsten Folge nochmal.